ARD Text im Auftrag von Funk 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 Gebt! Boah, er flankt sie! Das interessiert halt nicht die rettenen Spawner, ey! Easy! Der One-Tap! Ich wusste, ey, es waren zwei! Ne, nur einer, ja, ach! Ne, ich glaub, so ein 2.47 ist, glaub man, jetzt schon recht. What?! Hahahaha Erstmal durch das Haus schießen! Bissi, hey, can you fly? Hab ich voll gesehen, Leute! Aber wenigstens ist halt ein guter Teamspiel und wirft Ammo, ne? Was ist hier, Leute, grad? What?! Er hättet sich jetzt so schön, wenn er nachher eh pusht. Oh mein Gott! Ne, ich glaub, der pusht nicht. Aha. Hab ich auch gesehen. Ja, schießt den Heavy-Tank und mein Gott, so ein Bot. Ja, ne, jetzt... What?! Der hat gedreckt. Das war grad nur ein bisschen durch die Wand. Ah, schon 22.1. Ich mein, das schaff ich auch, wenn ich im Tank bin. Das geht schon, aber... Da... Schießt doch, da ist ein Tank! Er zweckt... Ja, er schießt durch die Wand auf ihn. Oh mein Gott, seine Hände... Schon wieder durch die Wand! Er soll aussteigen! Steig aus! Na, das ist doch voll üt, ey! Was macht der? War voll drauf. Und so. Ja, da ist keiner in der Wand, mein Freund. Du bohnt nur Balls. Das war jetzt schlecht von ihm. Also wirklich. Wie scheiße! Das ist wahrscheinlich Battlefield-Veteran, und wollte mit dem guten KD im BF1 anfangen. Oh Gott, dem Typ, den wir grad zuschauen. Oh mein Gott, was war das, Basti? Ich... ich hab wieder Röse gewechselt. Der Gott! Wo will der hin? Ach, okay, irgendwer... What? Ach, also... Junge, ja... Man kann's doch übertreiben! Easy! Wo? Wo wurde der grad eben einer geneift? Wir werden irgendwie in die Action reinrennen... Ja, lauf! Nein, lauf! Mir schreibt er! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das wird treibt es aber... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gebt mir die Vollladung! Aber er legt Ammo! Weiter geht's! Oh, jetzt geht's durch! Und durch die Wand! Und, ah, jetzt chirpt er! Und pushen in die Gaskarte! Gib ihn! Hinter dir! Du weißt es doch auch! Ja! Wurde schon wieder vier? Als habt ihr da vier Leute gesehen habt! Ja, schon wieder drei, vier, fünf, sechs! Junge, tschille halt! Jetzt, 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 jetzt! Wir können schnell gucken! Weiter geht's! Ja, immer rein da! Oh, lieb! Ach, so, so will ich das sehen! Und, ah, jetzt ist die Ponswick abgebrochen, was ein Low! Oh! Mensch, schreibt einer rein! Nice Balance! Das trifft doch ganz schön wenig, Leute! Ah, die verstecken sich alle! Das war's ne Schweinerei! Das ist so fucking obvious! Holy fuck! Das ist doch nicht obvious! Das ist doch nicht obvious! Muss man wieder nachladen! Der hat keine Abo mehr! Der hat keine Abo mehr! Dafür spielt der Support! I can't even! Oh, jetzt putz uns Bohren rein! Jetzt geht's los! Aaaah! Redzone ist nicht so geil, war! Droht sich nicht! Pussy! Als ob der stirbt! Du hast keine Abo mehr! Pussy! Oh, Gott, ein Heavy Tank! Juck die nicht! Oh, jetzt. Jetzt geht's los! One Hit, pass auf! One Hit! Oh, schade! Ich hätte, ich hätte so gefeiert! Es ist ja eine Verfeuchtung von dem Heavy Tank! One Hit! Mercedes mit der Eidre-Yorkle-Gun! Der ist schon da, mein Freund. Ist bei dir gespawnt, gg. Wieso? Vom Zug. Den raped jetzt auch. One-Hit. Ich würd so fein, wenn der Zug One-Hit ist. Es wär zwar nicht lustig, aber... Okay, es wär lustig. Es wär aber auch viel lustig. Der traut sich immer spawner aus der Zug, ja. Der weiß, was ich mir vorstehe. Die kurze Stelle da, wo's halt auf F gepusht hat. Wo's aufnehmen und dann reddit hochladen. Best player I've seen. This man is so good. This man is a god. Couldn't beat him by self. Oh, geht ihm immer noch fast voll? Meine... V wär auch nicht lustig mit gegen den. Hat so übelst offen, ne? Ich meine, als ob ihn Wände jucken, aber... Also, wenn er noch drauf bleibt, guck ich noch. Ja. Ist grad interessant. Das ist das... Das ist das ist wie ein... Wie ein wie ein... Pfff. 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 Jetzt geht's aber los hier. Die Wolves, ey. Das wär heftig gewesen. Durch die dicke Wand. Easy für ihn. Durch... Durch zwei Häuser. Da ist schon mal präventiv ne Tripwire am spawnen. Pfff. 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 Scheiße, gar nicht. Pfff. Pfff. Fast Vollgaserver. Was ist das? Pfff. Oh, jetzt hier. Ach, das waren... Das waren zwei. Pfff. Pfff. Ah, das ist aber nichts, ich mein, 91-3. Das mach ich auch immer wenn ich einen guten Tag habe. Na, wenn du bist, bitte noch nicht zurück... Krieg straight wirklich. Ja, aber nicht in 10 Minuten. Pfff. Pfff. Du brauchst 16 Minuten. Ja, aber für 99 Minuten ja... Oh nein. Pfff. Naja. Komm, lass doch greppen. Und zwar ohne Zitter. Als ob er das weiß. Wieso geht man 60 Euro für ein Spiel aus und hackt er instant? Ja, das kannst du nicht kaputt schießen, Junge. Wot, hat er grad einen roten Hitpacker drauf bekommen? Der hat direkt gerade los geschlossen. Nee, hat er nicht. Er hat keinen Kill gemacht. Der rote Hitpacker ist aber irgendwie Kill. Eigentlich schon. Oh, jetzt ist er auf B gespawnt. Jetzt, jetzt, jetzt werden C und D abgefarmt. Easy. Der hat echt gutes Tracking. Und Map-Awareless hat auch gute. Das ist bestimmt nicht an seinem A-Board oder Warleg. Da sollte ich mal Flamme vernehmen, ob er damit über die ganze Map töten kann. Oder mit, mit... Fuck. Oh, die Flicks, ey! Ich meine, wenig... Äh... Wenigstens aimt er. Ja, einfach so nicht zu aimt, kurz so lang. Fuck Junge, wo schießt du hin? Was ist denn? Wie ist denn? Easy. Für ihn. Line up. Jetzt auf und jetzt spawnen, mein Freund! Man... Das hat doch mehr Killz, wie du in deinem besten Game bist. Äh... Tut mir leid, dass ich nicht hack. Und fall mich so hoch Easy win Das interessiert mich jetzt Ist doch egal, hauptsache ich hoffe sie das MG15 zu Brasilien Ich muss jetzt cremig nachladen Nachladen ist was für Pussys